sowieso dann ist der job und auch lebensgefährlich was sollen das es geht so nicht die arbeitsbedingungen sind echt miserabel noch so ein teil okay wo ist jetzt denn mit den schlüsseln ach so dass noch eine leiter ja ja ich laufe dann vorbei war das leiter la 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 ziemlich hier ich glaube doch da schlüssel für zellen nach war klar war klar eben klar war klar so dann schließt mal auf mein handy klingelt das ist jetzt voll passend ja er sollte sich ja noch mal abends melden ist der ork irgendwie tot oder so weiß ja auch nicht einfach mal so gestorben haben zu lange gebraucht ja goblins befreit da ist noch einer haben schon mal zwei ich glaube wir werden keine acht stück mehr finden aber du musst acht stück befreien das ist nicht mein problem wenn die tot sind ich kann nichts dafür ich war es nicht weil ich das war schon so genau ja ich habe den verdacht hier waren jetzt vier dann sind rechts auch noch mal vier das würde zumindest sinn machen so und jetzt hat so vier goblins hinterher laufen ja die haben noch überhaupt gar nichts dazu gesagt dass ich den geholfen habe ich verarschen ich spreche keine neun verschiedene goblins die zwar dieselbe stimme haben werden aber hey kämpfen die jetzt auch weil können die sterben ich befürchte ja das sind alle tot ja hör mal also habe ich sie aber naja sie sind nicht mehr so ganz lebendig was darf das zu bedeuten nun es gibt goblin geschlachtet das zum abend essen wahrscheinlich kommt gleich noch volle fette endboss sowieso anders jedem gefängnis lauter ein vollkommen übertriebener endboss aber ich muss noch mal hierhin gucken okay hier ist nix irgendwie nicht so dann mal da die leiter hoch ich glaube die verbrennen gleich alle jammerlich nein die truhe ist verschlossen oh nee heißt wir müssen da später noch mal hin warte mal komische truhe komische abgeschlossene truhe ja 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 nee das ist das ist schon dann hat immer das mit dem u hier es ist furchtbar das u ja ja ich dachte furchtbar erdbeben wenn ich dachte gerade wortel vor kurz meine goblins direkt hinter dir kann ich noch ein bisschen licht machen bitte ok seltsam was ist denn hier sind noch mehr zellen jetzt sind da drin nicht befreien doch aber ich dachte gerade so hä sind da zwei und da habe ich auf enter gedrückt weil ich den eigentlich der da an der tür stand befreien wollte und habe dann gemerkt so der ist einfach nur mit reingelaufen was ist denn hier los alle tot ja oder halt leere zellen kann ja auch mal passieren müssen ja nicht alle bis zur decke gestapelt werden in den zellen zack 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 so hier ist noch einer jetzt fehlen uns noch zwei nope da ist ein skelett so noch einer wo ist der eine der eine da ich da links sagen da eine der eine oder keine das tut mir der rücken weh ich habe mich gerade hingesetzt das ist ein zeichen ja ich habe mich gerade so hingesetzt dass es relativ bequem sein sollte ist es aber nicht oh jetzt sind wir ah guck mal wo wir sind wir sind jetzt wieder beim gärten da wollen wir aber gar nicht hin ah oh wir wollten eigentlich hier noch ein bisschen noch hier fehlt uns noch was noch einen gefangenen retten hier haben wir noch nicht alles ausgeleuchtet scheint es mir aber wo weiter runter können wir hier nicht irgendwas stimmt hier nicht da ist böses im busch da ist eine leiter nach oben oh das sieht man echt voll schlecht wirklich ja einfach mal so eine leiter mitten im gang das sieht man voll schlecht hast du auch deine brille auf ja sonst könnte ich mich überhaupt nicht irgendwie lebensfähig durch die welt bewegen warte mal was lag denn da auf dem bett hm ich glaube da hat alle sein haustee dabei gehabt alles klar so wir haben acht äh goblins befreit wo sollen wir ihn eigentlich hinbringen da oben hin oder was da wieder zurück zum typen oder böse tür böse tür komische truhe ja zum grassgeber den hast du dir wohl nicht markiert was ach sei still das sprechende fass war glaube ich direkt am anfang ich finde da hin ich finde da schon irgendwie hin ich glaube der war hier direkt drunter unter dem unter der tür die teleportiert sich auch mit cool ja es ist voll äh nützlich und so 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 kommt man alle mit what the fuck hier war ich ja noch gar nicht ne das geben wir jetzt erstmal ab hier ah da unten das sprechende fass genau oh gott jetzt gehen die auf die krähen los ich muss abgeben solange sie noch leben geschafft alle deine freunde sind frei und die skelette zerstört du kannst nur nach hause gehen ich danke hab nichts zu geben nur einen schlüssel ich gefunden weiß nicht wofür das ist wahrscheinlich der trunen schlüssel unbekannter schlüssel ja für die für die komische truhe da hey diese goblins folgen mir immer noch sie sind zu dumm und schwach um alleine zu überleben sie nehmen wohl an dass du eine art anführer bist mach dir das zunutze und setze sie als schilder ein ich nehme an wenn sie hier bleiben werden sie erneut gefangen genommen aber wenn sie mit mir kommen werden sie den nächsten wächter nicht überleben falls überhaupt so weit kommen anscheinend gibt es nur eine möglichkeit denkst du darüber nach sie zu opfern und dann haben sie durchgefangen das ist nur eine art an aber ich habe es hier mit dem die schlüssel tool natürlich nicht ich werde sie nach hause bringen das Tor war im Abwasser-Dings, wo wir hin müssen. Also, gehen wir jetzt erstmal an die Mine. Ich mein, dass wir hier das, oder? Nope. So, kann ich euch hier irgendwo abgeben? Nee? Hallo, ich hab zwei Dings zum Ab und so. Ah, da. Zuhause sein, zuhause sein. Dankbar, dankbar. Das macht doch nichts, Mann. Du immer Freund, du immer willkommen. Siehst du, Zera, ich habe endlich ein paar Freunde gefunden an diesem schrecklichen Ort. Freund dieser Kreaturen? Ja, warum nicht? Du denkst, du machst das besser? Natürlich. Ich bin diesen pathetischen Kreaturen in jeder Hinsicht überlegen. Dann zeige es. Zeige mir, dass du ein besserer Freund bist, als die Goblins es sind. Ich muss gar nichts zeigen. Nur große Worte. Wir gehen mal Schwefel suchen, wenn wir schon mal hier sind. Mach das. Ich glaub, das ist auch der Sinn dieser Sache hier, dass die uns hier auch nochmal hinschicken. Dass wir so ein bisschen alles mal miteinander verbinden. Ui. Ja, mh, Transferleistung. Und wo kriegst du jetzt Schwefel her? Oh, guck mal, die sind jetzt lieb geworden. Ui. Die mögen mich. Ja, weil du Freund, du immer willkommen und so. Ja, die mögen mich total. Ich kann jetzt hier tun und leisten, was ich will. Hast du dich umgesprochen. Ja. Per, äh, per, ähm, hier Gedanken und so, ne, übertragen. Per WhatsApp. Per WhatsApp. Erfreund, er nix tun. WhatsApp. Genau. In der WhatsApp-Gruppe eben schnell geschrieben, so. Erfreund, nix tun, so. Dass da könnte Schwefel sein, bin mir aber nicht sicher. Sieht nicht nach Schwefel aus. Ich hab' keine Ahnung. Du bist ja die Studentin. Ja, eigentlich sollte Schwefel gelb sein, aber in diesem komischen Licht. Ne, ist es nicht. Okay. Dann halt nicht, ne? Zumindest nicht hier. Aber irgendwo in der Mine muss es ja sein. Und ich hoffe, es ist nicht bei diesem kläffenden Hund. Wupp, wupp. Warst du bei dem schon? Äh, da bin ich zugegangen momentan. Ah, okay. Siehst du irgendwo Schwefel? Ich glaub, da oben könnte welcher sein. Weiß es nicht. Das sieht sehr schwefelig aus. Ah, ne, wir suchen auch gar keinen Schwefel. Wer gewaltigt deine Tastatur nicht. Wir suchen doch was ganz anderes. Wir suchen doch hier, wie heißt's, ähm, Pyridstein. Ich weiß es nicht. Ich hab' dich aufgehört. Wir suchen Pyridstein. Epic Fail und so. Wo hast du Schwefel her? Wo kommst du Schwefel her? Das kriegen wir aus der Unterwelt, wo der Eingang dazu in, äh, in der, 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 ah, wie heißt's? Ja, ja, das ist, das ist, ich, ich, keine Ahnung. In der Kanalisation ist der Eingang zu der Unterwelt, wo wir den Schwefel herbekommen. Und hier brauchen wir den Pyridstein. Ja, wie sieht Pyridstein aus? Das ist jetzt eine andere Frage. Schwefel hätte ich noch erkannt. Nope. Ich hab' keinen Bock, diesen Hund noch mal zu killen. Nee, nope, 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 nope. Ist hier irgendwo Pyridstein? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Ganz und gar nicht. Hier Pyridstein? Da oben ist Pyridstein. Ah, die Dinger waren das. Da oben, das linke Ding. Ah. Ah. So, jetzt, äh, verziehen wir uns in die Kanalisation. Hey, Kanalisation. Und dann holen wir uns da unsere Schwefel. Unserer Schwefel. Unserer Schwefel. Müssen wir mal gucken, ob wir auch... Nee, hier nicht. Hä? Ah ja, okay, hier sind wir richtig. Flatsch, 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 flatsch. So, und hoch. Und links. So. Och. Das war's.